Was hat er genau gemacht am Kreuz? Warum ist er gestorben? Er ist gestorben, damit ich sündigen kann. Wie? Er ist gestorben, damit ich sündigen kann. Damit du sündigen kannst? Ja. Okay. Was würdest du sagen? Würdest du das unterstreichen? Er ist gestorben, dass wir sündigen können. Würdest du das so unterstreichen? Nein, nein. Wieso lachst du? Du musst selber lachen, gell? Es macht irgendwie nichts Sinn, dass wir sündigen können. Was ist denn Sünde? Was ist für dich Sünde? So viel, aber für mich selber Atheist bin und meine eigene Moralvorstellungen, die von der Kirche jetzt gepredigt werden. Aber die Bibel definiert, dass Sünde ist etwas, was im Ziel vorbei ist. Alles, was eigentlich nicht aus Liebe ist, ist Sünde. Wir Menschen, die meisten haben ja auch diese Moralvorstellung. Wir wollen doch lieben. Wir wollen doch Liebe haben und auch geben. Und alles, was nicht aus Liebe ist, ist Sünde. Wenn wir schlecht reden über den anderen und so oder Eifersüchte, das sind alles Sachen, was nicht aus Liebe ist. Und diese Sachen sind Sünde. Und Jesus ist gestorben für diese Sachen, damit wir diese Dinge nicht mehr tun müssen. Nicht mehr, dass wir können, sondern dass wir diese Sünde nicht mehr tun müssen. Genau für das ist er gestorben, dass wir frei werden von dem. Wenn wir Jesus nachher aufnehmen, haben wir wie eine neue Natur, wo er nicht mehr sündigen will und nicht mehr kann. Du kannst ihn immer noch im alten leben, aber du kannst dich täglich entscheiden. Ich möchte im neuen Menschen leben. Jesus macht das Tier einen neuen Menschen von innen her im Geist. Wie ein neues Programm. Würdest du sagen, dass die Leute weniger Drang haben, sich der Sünde hinzugeben? Man kann immer noch, wenn man Jesus aufnimmt, kann man immer noch entscheiden, im alten Menschen zu leben. Obwohl, für Gott ist das erledigt dann. Für Gott zählt nur noch, was du im neuen Menschen bist. Wenn du Jesus einmal aufnimmst, bist du vollkommen im Geist. Bist du völlig neu wiederhergestellt. Ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Da bist du safe, bist du gerettet. Er lebt deine Ewigkeit nicht in der Hölle, sondern im Paradies mit Gott zusammen. Das ist, wenn wir Jesus auf ihn bauen, auf ihn vertrauen, Jesus aufnehmen als unser Herr. Ist das für Katholik? Nein, weder noch einfach Jesus-Nachfolger. Okay, dann wäre ich jetzt nicht auf Skandale aus der katholischen Kirche. Nein, 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 das ist, weisst du, Katholizismus, kann man sagen, ist ein System von Satan. Aber obwohl es ganz viele Leute hat, die suchen Gott in der katholischen Kirche. Die meinen es wirklich ernst, aber die meisten... Ja, aber das System, das System ist nicht von Gott, oder? Ja, okay. Und ich gebe dir das mal mit, da kannst du dir alle gut schauen mal. Ist das gut für euch so? Ich habe ja eine Gegenfrage noch kurz zu stellen. Ja, sicher. Wenn du vorher gesagt hast, Sünde ist alles, was nicht aus Liebe passiert. Ja, genau. Ist deine Meinung, wenn ich jetzt aus Liebe mit einem Mann schlafen würde, ist das Sünde? Ja, die kommt immer wieder hier wieder. Ja, genau. Ja, wir sollen ja Gott lieben von ganzem Herzen und unsere Mitmenschen gleich wie sich selbst lieben, oder? Und Gott, wenn wir Gott lieben, dann fragen wir doch ihn, was möchtest du? Und seine Idee war, uns als Mann und Frau, dass wir uns fortpflanzen. Und wenn jetzt jeder, wenn für dich das gut wäre, richtig wäre, Homosexualität, dann müsste es für alle Menschen richtig sein. Und wenn jetzt zum Beispiel, dann müsste es das auch verheben. Aber das geht ja dann nicht, die Verpflanzung. Die ganze Menschheit würde in einer Generation auch sterben. Von daher ist es dem Ziel vorbeigeschossen. Es kann der Idee vom Gott nicht entsprechen, weisst du? Es ist nicht die Idee. Die Idee war, uns als sein Nebenbild zu schaffen, als Mann und Frau. Das war die Idee. Und wenn etwas anders verdorben ist, sagen wir, dann wird das Jesus wiederherstellen. Wenn wir uns ihm hingeben, ich hatte Süchte und Zeugensachen, und das hat Jesus alles verändert. Von innen heraus, mich befreit von Süchten. Alles, was der Idee von Gott nicht entspricht, ist Verdorbenheit. Und das kann Jesus alles wiederherstellen. Das ist kein Problem. Also wir müssen da keinen Stress machen. Oh, scheiße, ich kann ja Gott gar nicht gefallen. Kein Problem. Du kannst einfach mit allem, was du bist, zu Jesus, und er verändert dich dann, weisst du? Er liebt jeden Menschen gleich, egal ob er jetzt homosexuell ist oder nicht. Alle gleich. Aber er lässt einem nicht gleich. Er verändert von innen heraus. Das Wunder kann nur Gott machen. Das heisst, du glaubst doch an das objektiv Wahres, den Plan, den Gott für uns alle hat, der doch sehr identisch für alle ist. Weil, wenn du sagst, okay, was für mich richtig ist, ist aber nicht für alle anderen richtig und es müsste aber für alle anderen richtig sein, wenn es für mich richtig wäre. Also hat Gott schon einen objektiven Plan für alle Menschen und es gibt ein objektiv. Ja, er hat dir die zehn Geboten gegeben. Das ist objektiv, das ist für alle gleich. Das ist der Maßstab, wo Gott uns gibt. Wir können nicht jeder seinen eigenen Maßstab haben. Das kann nicht funktionieren, die Sozialität. Jeder seinen eigenen Maßstab hat, funktioniert die Gesellschaft nicht. Dann muss es einen Gott geben, der den Maßstab gibt und wir richten uns nach dem. Und dann hätten wir den Himmel auf Erden. Wenn alle die zehn Geboten halten würden, dann hätten wir den Himmel auf Erden. Er hat es aber nicht gegeben, um uns zu sagen, so kannst du gerettet werden, weil das schafft kein Mensch, die zehn Geboten zu halten. Er hat es nur hingegeben, um uns zu zeigen, wie krass, dass wir gefallen sind. Dass wir merken, wir brauchen Rettung. Und dann nachher kam Jesus und hat direkt geschafft, um uns zu upzugraden. Dass wir wieder vollständig, wieder vollkommen sind. Macht das Sinn? Ja. Ja, mega cool. Verstehen wir auch. Ja, okay. Danke vielmals, ganz viel mitmachen und schönen Tag noch. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Vielen Dank.